Geh nun doch jetzt ins Kampflokal, dann kriegst du mich zum Weibe. Die Leute werden verschreckt ganz blass und flistern schlotternd leise. Was die sich rausnimmt, hören sie, das ist keine Art und Weise. Und wirklich, latscht der Ritter gehen, jetzt nein bei die vier Katzen. Die tun zwar mit den Ochen glien, doch feixen ihre Fratzen. Denn, wenn sie auch gefährlich sind, der tut'n imponieren. Den Handschuh reichten freindlich hin, jetzt einer von den Vieren. Der Ritter sagt, ich danke schön. Dann fackt'n beide Dame und tut'n stolzen Rücken drehen. Adje, du ganz infame. Das kommt davon, wenn eine Maid ihren Liebsten so tut kränken. Geh, Andra, hat das Weib gefreit. Man kann's urgen verdenken. Die Bärschaft Es war mal e ganz gemäner Terran. Der schnauzte bloß egal de Untertan an. Die mussten sich schinden bei spärlichen Happen und durften dazu recht viel Steuern berappen. Da mehnt der Herr Daumann, der Demokrat, jetzt, Brieder, passt auf. Ich dreh eine Dat. Und schon wercht ernein in der Aktenmappe fünf Handgranaten. Die war nicht von Pappe. Das war nicht von Pappe. Untertitelung des ZDF, 2020